Wir sind ein erfahrenes und gut ausgebildetes Team, das mit Leidenschaft für Sie tätig ist. Unser oberstes Ziel ist immer, Ihnen zu neuer Schönheit und damit zu mehr Zufriedenheit zu verhelfen. Das breit gefächerte Leistungsangebot unseres Kosmetikstudios reicht vom Nageldesign über die Hand- und Fußpflege bis hin zur Gesichtsbehandlung. Wir setzen dabei nur auf hochwertige Pflegemittel, die eine optimale Wirkung entfalten und zugleich Haut und Haar schonen.